Fangen wir mal an! Ich kann doch nicht ernst sein. Guten Abend! Aus Kiew! Das ist heute, glaube ich, so mit dem kleinsten Klo, das wir hatten. Ich glaube, das ist das kleinste Klo überhaupt. Aber... Was meinst du, was das für eine saure Heimat war? Wir mussten alle drei pinkeln gerade. Ja genau, hat auch keiner getroffen, irgendwie jetzt. Ich hab gehalten. Wir haben uns jetzt alle brüderlichen Halbmutter und eine Hose geschimpft. Komm, das wird doch nicht mehr besser. Also das war drin. Ich hab hier gerade geschenkt, die kriegt so ein Kirsch... Ukrainischer Kirsch. Mit ganzen Kirschen. Genau, für die Vitaminenzufuhr nach dem Konzern. Und wir haben heute Eclairs gegessen. Oh ja! In der Eclair Factory. Wir haben heute noch ein Foto nachliefern. Das Foto kommt noch. Wir haben heute zwei Puffi gegessen, oder? Pro Person. Wir haben Fotos gebunkert. Im Gegensatz zu den Eclairs haben wir die Fotos gebunkert. Und wir haben, glaube ich, pro Person 20.000 Kalorien gegessen. Die Batterie ist fast leer. Die Batterie ist verkehrt. Ne, egal. Gerade, dass ihr das nicht gesehen habt. Das ist auch ein guter Special-Effekt. Aber vielleicht seht ihr sie auch. Schreibt mal hin, ob ihr gesehen habt, dass meine Batterienwellen her ist. Ist ja auch letzten Endes egal. Wir müssen jetzt mal Tasten noch was sagen. Ach so, ja auch noch. Sag doch mal was, ich habe nur Tasten gesehen. Wahnsinn. Wir hatten Spaß, glaube ich, oder? Ja. Hat relativ viel geklappt. Manches nicht. Dafür, dass wir jetzt lange Winterpause hatten, hat relativ viel geklappt. Wir sehen uns übrigens ja gleich wieder. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Genau. Und dann noch auf der Tour, da machen wir noch ein extra. Ja, man könnte NASA eigentlich, sag mal. Das ist das nicht. Wir sehen wirklich kein viel besserer aus. Ich bin wirklich roter. Stimmt. So ihr Säcke. Ne, sagt es nicht. Sagt es nicht. Ihr wisst, wo wir sind. Kiew, Alter. Ja. Wir sehen uns am Mittwoch. Genau.